Hallo meine Damen und Herren, wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Wir fliegen direkt nach Rio de Janeiro, mit Samba, Fantasie und Carnaval. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Die traurige Aufgabe habe, eine Künstlerin zu verabschieden, die mir persönlich sehr, sehr am Herz gewachsen ist, da sie eine gute Kollegin ist und auf der Bühne wirklich sehr viel Gutes kann und leistet. Ich erinnere mich an meine Worte, an Weihnachten 1986, zu Weihnachten, auf das Haus Dollywood, Weihnachten gefeiert hat und da habe ich gesagt, liebe Claudia, ich freue mich ganz besonders, dass du wieder an unserer Show teilnimmst, dass wir uns mit daran können, wie du die Show bereicherst und heute geht sie wieder von uns. So ist das Leben, so heißt die Show und so erleben wir es jetzt gleich. Trotz allem darf ich der lieben Claudia für die Zukunft alles, alles Gute wünschen, gesundheitlich, privat, so wie beruflich, toll, toll, toll und ich glaube, liebe Claudia, die Künstler, so wie auch ich, wünschen dir alles, alles Gute, bleib gesund, danke für das, was wir gemacht haben. Applaus Applaus Claudia, Moment noch, kleinen Moment noch, ganz kleinen Moment. Wir müssen noch beide Gläser weg zusammen trinken, das muss noch sein. Für die Claudia kann ich Ihnen sagen, sie hat es selbst erlebt. Sie ist eine gute Künstlerin, wo wir sehr wenige von Deutschland haben. Und sie verlässt uns, aber vielleicht irgendwann sehen wir uns in diesem Leben wieder. Das ist schon mal wahr. Danke, liebe Claudia, für alles. Dankeschön, warte mal, bitte noch kurz. Großstag. Alles Gute für dich. Toll, toll, toll. Vielen Dank.